Hallo, Lindenlab kann vorübergehend keine Regionstransfer mit US-Dollar anbieten. Momentan müssen alle Regionen mit Linden-Dollar zwischen Käufer und Verkäufer bezahlt werden. Es können jedoch weiterhin alle damit verbundenen Gebühren in US-Dollar bezahlt werden. Die Techniker von Lindenlab arbeiten daran, die Funktion so schnell wie möglich wieder verfügbar zu machen. Lindenlab entschuldigt sich für alle dadurch verursachten Unannehmlichkeiten. Quellenangabe unterhalb des Videos. Ich wünsche euch eine schöne Zeit, bis zum nächsten Video.